So, liebe Handballfreunde, ich bin's wieder, Justus Fischer. Ich hatte heute das Glück und durfte die Klasse von meinem alten Judo-Lehrer Detlef leiten. Hatte ganz viel Spaß, sie haben sich super geschlagen. Ja, also Fischi, war eine Megastunde. Ich weiß ja, dass in deiner Agenda auch nochmal irgendwann der Grundschullehrer drinsteht. Also ich denke, dem sollte nichts im Wege stehen. Das war mega cool, hat viel Spaß gemacht. Die Kinder hatten die ganze Zeit Bewegung, haben gelacht, haben Spaß gehabt. So soll es sein. Ja, auf diesem Wege wünsche ich euch und dir insbesondere als Neumannschaft alles Gute. Danke. Bis dahin. Fischi, danke.